Warte, Jürgen, das geht ja auch gut. Hey, Jürgen. Und jetzt? Huch! Da kommt schon ab, was ich brauche. Haben Sie aber schon eine Lärmung? Okay, ist nicht direkt, aber Maschinen allgemein, ja. Ja? Miradmauer, Bagger, Mini-Bagger. Fülltrakt. Oh! Ali fahre du. Ali fahre du. Das war der Zaun. Das war so klar. Hast du das gefilmt? Hast du das, Ali? So, wir haben es auch gleich wieder raus. Der letzte Tag ist ein zweiter Runde. Der macht den Schein.